Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Scream Teil 5 von Matt Bettinelli-Olpen und Tyler Gillett. Scream ist eine einzigartige Horrorreihe, denn es gibt in dieser gesamten Reihe keinen einzigen schlechten Film. Das können wir über die berühmten anderen Horrorreihen nun wirklich nicht sagen, da sind einige grausliche Dinge dabei, aber hier ist es anders und das liegt glaube ich sehr stark daran, dass diese Reihe ein sehr intellektuelles Konzept verfolgt und diesem Konzept auch die Treue hält. Besser gesagt, jeder Film, jeder neue Film denkt die vorherigen weiter. Es gibt einen schönen Dialog am Anfang des Films, da gibt es wieder einen ominösen Anrufer, der fragt, ob da jemand Lust auf ein Spiel habe und am Telefon ist dann eine junge Frau, die sagt ja für die Step-Reihe, also die filminterne Reihe, inzwischen gibt es acht Teile, erfährt man, habe sie sich nie interessiert. Sie interessiert sich mehr für anspruchsvolle Horrorfilme, Babadook, It Follows und so weiter. Und das Schöne ist, dass der Film natürlich nicht sagen will, das sind eigentlich schlechte Filme, aber es sind tatsächlich Filme, die mit Anspruch gleich daherkommen, während wir bei Scream eine Reihe haben, die zunächst einmal nach der Splatter-Logik funktioniert, aber dann tun sich da andere Ebenen auf und wir sehen plötzlich, vielleicht ist doch diese Reihe die intelligenteste Horrorreihe überhaupt. Man durfte jetzt aber befürchten, dass das mit dem fünften Teil nicht mehr so sein wird, denn Wes Craven ist vor ein paar Jahren gestorben. Aber wir haben es hier wieder mit einem hervorragenden Film zu tun, auch wenn zwei Schönheitsfehler hier angemerkt seien. Und zwar ist einmal die Gewalt etwas zu explizit, das hat die Reihe gar nicht nötig. Und zum Zweiten gibt es da eine längere Szene in einem Krankenhaus, das so einsam und verlassen ist, wie kein Krankenhaus sein kann. Und man fragt sich, warum kann man dann nicht ein bisschen mehr auf Plausibilität setzen. Aber dennoch, Scream 5 muss man gesehen haben. In Scream 4 war es ja schon so, und zu Scream 4 erschien hier eine der ersten Filmanalysen überhaupt. Bei Scream 4 war es ja schon so, dass ein neuer Ton angeschlagen wurde. Sidney Prescott, die ja mehr ist als ein Final Girl, Gail Weathers und Sheriff Dewey Riley versuchen all den Meta-Ebenen irgendwie zu entkommen. Gail Weathers ist Fernsehmoderatorin, aber sie hat sich ja doch sehr gewandelt. Der Sheriff, der ist auch gezeichnet von dem, was schon stattgefunden hat. Und von Sidney brauchen wir gar nicht sprechen. Sie wollen die postmoderne Idee, wonach alles nur noch Fiktion, Simulation ist, irgendwie verlassen. Die Hyperreflexivität des Horrorgenres ist zwar sehr clever, aber die Figuren fragen sich, wie darin leben. Der fünfte Teil, der jetzt zehn, elf Jahre später spielt, wir altern also mit den Figuren mit. Der knüpft daran an. Bislang war Scream ja von der Digitalisierung nur moderat infiziert. Es stellt sich nun die Frage, wie wird es mit Scream 5 sein? Wird der Film vielleicht ganz in digitale Welten hineinrutschen? Wird der Film vielleicht sogar im Metaverse spielen? Nein, das ist auch gar nicht nötig. Denn wir haben ja Teil 2 und 3. 2, da spielten die Chatrooms schon eine wichtige Rolle und in Teil 3 waren wir auf dem Filmset. Das heißt, wir hatten da schon eine Metaverse-Situation. Und mit der Step-Reihe, also der filminternen Filmreihe, haben wir es ja schon mit einer Welt zu tun, die fiktional ist, also eine digitale Welt. Die Step-Reihe ist sozusagen eine Reihe, die basiert auf Gales Büchern, die dann verfilmt wurden und die die Woodsboro-Morde fiktionalisieren. Sydney und die anderen haben also quasi Film-Avatare und man erfährt, inzwischen gibt es schon acht Step-Teile. Ein versuchter Mord steht hier am Anfang. Mord an der Generation Z, also die junge Generation ist hier gefragt. Das alte Ensemble hat sich zurückgezogen und eigentlich wollen Sydney, Gale und Dewey auch nichts mehr damit zu tun haben. Dewey ist schwer abgestiegen, er muss jetzt in einem Wohnwagen leben und es fragt sich dennoch der Zuschauer und es fragen sich bald auch die aus dem alten Ensemble, wer trägt nun die Ghostface-Maske? Wieder sind da die Genre-Regeln, die thematisiert werden und thematisiert wird auch die aktuelle Produktionslogik in Hollywood. Wir kennen die Begriffe Prequel und Sequel. Jetzt erklärt uns die Filmfigur Mandy aber, es gibt auch ein Requel und wir haben wahrscheinlich alle schon Requels gesehen. Das sind also Filme, die anknüpfen an das Original ohne Fortsetzungen zu sein, die eine Verbindung zu dem Ersten aufmachen, ihn quasi noch einmal neu inszenieren, dabei aber auch alte Figuren auftreten lassen und neue etablieren. Hier wird auch nochmal angeknüpft an die Halloween-Reihe und wichtig sei immer, dass diese Brücke geschlagen werde noch zu den alten Filmen. Wir bekommen dann auch gesagt, bei Star Wars haben wir nun auch so etwas, dass man immer wieder versucht, die alte mit der neuen Generation zu verbinden und so können wir uns schon denken. Irgendwann muss also Sidney Prescott auftauchen. Aber es gibt hier schon einen erheblichen Unterschied zu Halloween oder Star Wars. Halloween muss die Teile dazwischen, die es gibt, einfach durchstreichen und muss jetzt bei dem ersten Film anknüpfen und dann das Ganze weitererzählen. Halloween operierte aber nie mit dieser Selbstreflexivität wie Scream. Ebenso ist es auch bei Star Wars. Die Reihe war nie auf einer Meta-Ebene angesiedelt. Auch die Marvel-Filme sind es nicht. Wenn jetzt da sehr selbstironisch gesprochen wird, wenn die Figuren sich über sich und die Marvel-Charaktere lustig machen, dann ist das eher zynisch dem Publikum gegenüber, weil man irgendwie noch zu rechtfertigen sucht und das über Zynismus, warum man jetzt schon wieder einen Marvel-Film ins Kino bringt. Bei Scream ist das vollkommen anders. Scream 5 können wir nicht vorwerfen, dass er nostalgisch ist. Und hier gibt es also den Versuch, und der Film heißt ja auch einfach nur Scream, den ersten zu reenacten, aber auf eine doch sehr andere Art. Die Reihe hat all diese Diskurse über Fortsetzungen und so weiter ja schon antizipiert. Im ersten Teil, im zweiten und dritten. Der erste Film erklärte von Anfang an, es gibt hier nichts Neues mehr unter der Sonne, aber man kann das Alte neu kombinieren. Und es gibt auch keine unschuldigen Zuschauer mehr, denn Zuschauer, die Horrorfilme kennen, die wissen um die Genre-Regeln, die lassen sich nicht einfach hinterm Ofen hervorlocken, indem da irgendjemand einfach mal eine Maske aufzieht und dann sieht man so einen Horrorfilm, sondern das muss schon in gewisser Weise auch thematisiert werden. Das muss selbstreferentiell werden. Und exemplifiziert wird das immer wieder an den Genre-Regeln, die ja so etwas Schicksalhaftes haben. Das Schicksal ist ja etwas, was wir sehr verdrängt haben aus der modernen Gesellschaft, aber dass es so schicksalhafte Regeln gibt, nach denen etwas so passiert, dass der Erschossene immer noch einmal aufsteht und so weiter. Das ist ja etwas sehr Interessantes, dass wir also in der Moderne trotzdem so einen Schicksalsdiskurs haben. Wes Craven hat das sehr gut erkannt. Wenn Scream 5 nun Gale, Sidney und Dewey nach Woodsboro zurückkehren lässt, ist das kein Fanservice. Es ist das Resultat einer philosophischen Überlegung. Inwiefern wir es hier mit einem Requel zu tun haben, darüber kann man natürlich streiten. Jedenfalls wird ein Versuch unternommen. Ich will hier nicht zu viel verraten. Aber ist Tara Carpenter die neue Sidney Prescott? Der Film beginnt ja mit dem obligatorischen Anruf. Tara wird die erste Attacke überleben und wieder ist eine Hausparty ein sehr wichtiger Handlungsort. Wieder läuft da im Hintergrund ein Horrorfilm. Wieder ist da eine Clique junger Leute. Scream 5 ist aber mehr als ein Requel. Es ist nicht wie bei all diesen Filmen, die wir jetzt gesehen haben, wo die alte Garde noch mal auftaucht, zuletzt auch in Ghostbusters. Da ist dann Bill Murray oder so noch mal. Es geht in Scream erneut um das Verhältnis von Leben und Fiktion und um Selbstermächtigung. Sidney und Gale sind ja wahrhaft emanzipatorische Figuren. Scream 1 ist aus dem Jahr 1996. Dieser Film reflektiert selbstverständlich die 90er Jahre Spaßgesellschaft, Ende der Geschichte und so weiter und so fort. Wes Craven nahm die Diagnose auf, gab sich aber nicht damit ganz zufrieden. Sonst wäre Scream einfach nur so ein typisches Horror-Franchise geworden. Es geht um mehr. Kann man dem Schicksal entkommen? Ist so etwas wie eine moderne Tragödie möglich? Und wir sehen hier im Film beispielsweise die junge Sam Carpenter, die von all den Morden rasch genug hat, sich ihre Schwester packt und sagt, wir müssen jetzt raus aus der Stadt. Aber dann trifft sie vorher noch auf Sidney. Und Sidney sagt ihr, das ist jetzt dein Leben. Du kannst dem Ganzen nicht entkommen, egal wohin du gehen wirst. Folglich muss auch Sidney zurückkehren. Das geschieht nicht in der Logik irgendeines Sequels oder Prequels oder Requels, sondern das ist ihr Schicksal. Man kann auch nicht zu Antigone sagen, ja, lieber Antigone, du hast jetzt hier in Theben so einige Probleme. Zieh doch besser mal in eine andere Stadt. Das ist nicht möglich. Wir müssen uns überlegen, wie ist denn heute die Tragödie noch möglich, beziehungsweise haben wir überhaupt noch eine Tragödie. George Steiner, der spricht in seinem Buch Der Tod der Tragödie davon, dass eigentlich die Tragödie als Form verschwunden ist. Wir müssen uns erst einmal die Definition vergegenwärtigen von Tragödie. Steiner schreibt, das tragische Drama macht uns deutlich, dass die Sphären der Vernunft, Ordnung und Gerechtigkeit entsetzlich begrenzt sind und dass kein Fortschritt in unserer Naturwissenschaft oder den technischen Möglichkeiten ihre Gültigkeit erweitern wird. Äußerlich und innerlich ist der Mensch Lotre, die Andersheit der Welt. Mag man es nennen, wie man will, einen verborgenen oder bösartigen Gott, blindes Schicksal, die Zugriffe der Hölle oder die unvernünftige Wut unseres animalischen Blutes. Es wartet auf uns an den Kreuzwegen im Hinterhalt. Es höhnt und vernichtet uns. In gewissen, sehr seltenen Fällen führt es uns nach der Zerstörung zu einem unbegreiflichen Frieden. In diesem Frieden merken wir was in den letzten Szenen des Films. Was hier aber deutlich wird, dass, ja, wir leben in einer technischen Welt, in einer rationalen Welt, in einer wissenschaftlichen Welt, aber das Horror-Genre, das gemahnt uns ja immer wieder daran, naja, es gibt da wohl auch noch etwas anderes, was vom rationalen Diskurs nicht ganz ergriffen werden kann. Es gibt da so etwas wie Vernichtung, es gibt planke Gewalt. Aber wie ist es denn nun mit der Tragödie hier? Wir haben ja Sidney Prescott, die wieder auftaucht und so weiter. Ist das dann Tragödie? Steiner schreibt, Tragödien enden unglücklich. Die tragische Gestalt wird von Kräften zerbrochen, die man weder völlig verstehen noch durch rationale Klugheit überwinden kann. Denken wir an die antiken Tragödien. Auch das ist entscheidend. Wo die Ursachen des Unheils irdisch-zeitlicher Natur sind, wo sich der Konflikt durch technische oder gesellschaftliche Mittel lösen lässt, kann es sich um ein ernstes Schauspiel, aber nicht um eine Tragödie handeln. Tatsächlich ist dieser Film sehr traurig und wenn wir es mit dem Final Girl, das immer wieder von Film zu Film überlebt zu tun haben, dann könnten wir sagen, naja, so tragisch endet es dann nun doch nicht. Aber es ist dann der Versuch, einen Weg aufzuzeigen, wenn auch keinen Ausweg für Sidney Prescott und die anderen. Es geht mehr darum, um ein selbstbestimmtes Leben. Wir beobachten Sidneys Kampf, sich nicht der Macht des Schicksals gänzlich beugen zu müssen, aber man kann auch nicht einfach abhauen. Ein großes Thema in diesem Film ist dann die Fanfiction. Wir haben viel über Fanfiction diskutiert, nicht nur in Bezug auf Filme und wie da in Reddit-Foren sich ausgetobt wird, sondern auch in Bezug auf die Verschwörungstheorien hat man ja davon gesprochen, dass da eigentlich Fanfiction entstanden ist, die dann plötzlich wieder auf der Straße stattfindet. Also Fanfiction ist auch hier wichtig und was ist, wenn die Fans nicht zufrieden sind mit der Step-Reihe und mit dem Verlauf der Sequels. Wir müssen uns zunächst vergegenwärtigen, die Maske ist ein Signifikant ohne Signifikat, also ein Zeichen ohne Bedeutung. Das ist sehr nah ja schon an der Meme-Kultur. Das Meme kann neu kombiniert in einen neuen Kontext gestellt werden. Es kann die konträre Bedeutung annehmen. Das progressive Meme kann ganz schnell regressiv werden und umgekehrt. Das heißt also, jeder kann sich eine Ghostface-Maske aufsetzen. Jürgen Habermas hat sich noch einmal eingemischt in einen Diskurs, der jetzt gerade virulent ist. Müssen wir das Netz anders regulieren? Was machen wir nur, wenn so viele Fake News verbreitet werden? Er hatte ja das Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit in den 60er Jahren geschrieben. Er unterscheidet da zwischen dem resonierenden Publikum, also dem bürgerlichen Publikum, den literarischen Salons des 19. Jahrhunderts und dem konsumierenden Publikum, das sich vor dem Fernseher berieseln lässt, das sehr passiv ist. Das war etwas, was er kritisierte. Jetzt aber sagt er, naja, vielleicht ist das konsumierende Publikum doch noch besser als das, was da im Netz so passiert. Habermas schreibt, eigentlich sei das Internet ja ein großes Versprechen gewesen. Hier ist jetzt mehr Demokratie möglich, wirklich ja Austausch zwischen den Bürgern. Aber er sagt, dieses große emanzipatorische Versprechen wird heute von den Wüstengeräuschen in fragmentierten, in sich selbst kreisenden Echoräumen übertönt. Also sagt er vielleicht doch lieber das konsumierende Publikum und die Massenmedien lieber noch die, als dass alle Leute im Reddit-Forum unterwegs sind. Habermas ist hier eigentlich ganz nah an dem, was uns auch Scream zeigt und nicht erst seit diesem Film, nämlich man ist ja inzwischen doch sehr auf Gail Weathers Seite. Man sagt, okay, sie macht zwar so ein bisschen Boulevardfernsehen und hat das Ganze so gepusht, aber sie hat ja dann doch rechtzeitig auch ihre Gatekeeper-Funktion wahrgenommen und das Ganze nicht noch verschlimmert und zieht sich auch jetzt im fünften Teil ja sehr zurück auf so einer Sensationsberichterstattung. Also in dem der Film sagt lieber Gail Weathers als die Fanfiction in Reddit-Forum, spricht der Film sich eigentlich für die Habermas-Position aus. Aber wir müssen dabei auch über die Realität der Fiktion reden. Wenn wir Sidney und Gail wiedersehen, dann ist es ja so, als gäbe es da wirklich etwas zwischen diesen Filmen, als hätten die in den letzten zehn, elf Jahren etwas erlebt. Sie tragen ja auch Spuren im Gesicht, die sie mitbringen jetzt in den neuen Filmen, Spuren aus der Vergangenheit. Es ist nicht zuletzt ein Film über die Solidarität von vier Frauen, Boomer, Millennials und Generation Set. Die vereinen sich da mal in einem Bild. Im Mittelpunkt stehen aber ganz klar Sidney und Gail, zwei großartige Figuren der Popkultur. Courtney Cox und Neve Campbell spielen die Rollen ihres Lebens, vielleicht auch unseres Lebens, wenn wir uns ja immer sehr freuen auf den neuen Scream-Film. Es sind keine kitschige Wiedersehensszenen, sondern sehr berührende, wahrhaftige. Man könnte fast sagen, die Leinwand wird plötzlich hauchdünn. Wir möchten Sie als Zuschauer fast begrüßen. Schön, dass ihr wieder da seid, hier bei uns in Woodsboro, auch wenn wir nicht in Woodsboro sind, nicht dort leben, sondern im Kinosaal sitzen. Und es ist etwas sehr Paradoxes. Als müsste man, wenn man sich diesen Film ansieht, noch einmal unterscheiden zwischen der bloßen Fake-Fiktion, zwischen all dem, was auf den Metaebenen verhandelt wurde, all dem Spektakel und der wahrhaftigen Fiktion, die die Leinwand zu dünn werden lässt. Die Scream-Reihe ist ja keineswegs von dem Wunsch geprägt, dauerironisch zu sein. Die Metaebenen dienen nicht einfach nur den Drehbuchautoren, um so eine Genlage-Nummer zu vollführen. Schaut mal, wie viele Ebenen wir haben. Es geht hier aber auch nicht darum, so einen billigen Red-Pill-Ausweg einem an die Hand zu geben. Da, da ist das echte Leben. Hast du Lust auf ein Spiel? Fragt ja der Mörder immer wieder. Es ist aber nie nur ein Spiel. Es ist der Einbruch des Wirklichen in die Fiktion bzw. der Einbruch der Fiktion in die Wirklichkeit. Es gibt ja das Wissen, so echt ein Mord ist, so echt kann auch die Berührung zweier Menschen, die sich begegnen, sein. Dafür stehen Dewey, Gale und Sidney. Werden wir bald, fragen wir uns ja, nur noch im Metaverse agieren? Wird es uns genügen, mit einer Virtual-Reality-Brille ausgestattet einfach da zu sitzen? Wir sollten sicherlich die digitale Transformation nicht kleinreden, aber das Splatter-Genre, das ja auch immer gespickt ist mit Sex, Erotik, das erinnert uns auch an unsere Körperlichkeit. Dieses Mal fühlt es sich anders an, lautet Dein Satz. Und wir sollten tatsächlich das Taktile einmal hervorheben. Zum einen ist es ja so, Metaverse gut und schön, aber wir müssen uns auch in irgendeiner Weise reproduzieren, müssen Nahrung zu uns nehmen. Und die Nahrungsaufnahme spielt hier sogar im Film eine Rolle. Da ist eine Mutter, die hat Essen bestellt und will es aber selbst abholen fahren, also nicht auf den Bestellservice setzen. Und der Sohn, den sehen wir dann immer in parallelen Montage, der nimmt in der Zeit eine Dusche. Zitiert wird hier selbstverständlich auch für Titchcocks Psycho. Also die Körperlichkeit, das Essen, all das, was auch zum Leben dazu gehört, das sehen wir hier wunderbar zusammengefasst. Der Scream 5 plädiert deutlich für eine unmittelbare, für eine analoge Berührung, die auch durch keine digitale Erfahrung aufzuwiegen ist. Dewey sieht zwar, nachdem er sich von Gail getrennt hat, jahrelang auf dem Fernsehbildschirm, aber es ist doch nicht dasselbe und es ist deshalb auch so ein ergreifender Moment, wenn die beiden sich wieder gegenüberstehen. Was, wenn unser Leben vielleicht doch noch sehr analog ist, sollten wir uns auch mal fragen. Wir waren in den Lockdowns zwar ständig digital vernetzt, aber die direkte Begegnung, die fehlte uns ungeheuer und die konnte auch durch nichts wirklich kompensiert werden. Was, wenn also unser Leben analoger ist, als wir oft glauben. Scream 5 ist ein sehr trauriger Film, der traurigste Film der Reihe, glaube ich. Er zeigt uns das Vergehen der Zeit und er betont auch, wie wichtig Berührungen sind, wie wichtig Begegnungen sind und das nicht alles aufzulösen ist in Fiktion, Simulation. Die Realität der Fiktion führt uns aber noch einmal zurück zum Motiv hinter den blutigen Taten. Wir haben es ja hier angeblich mit einem Requel zu tun und wir sehen ja, wie die Fanfiction der Verschwörungstheoretiker dann auch einbricht in die Realität bis hin zum Sturm auf das US-Kapitol können wir das sehen. Die wahrhaftige Fiktion, verkörpert durch Sidney, Dewey und Gale, stellt sich aber diesem fiktionalen Spuk in den Weg. Aber, aber, könnte man nun einwenden, das ist doch auch alles nur ein Film. Ja, das sagen jene, die nur schauen, aber nicht sehen. Vielen Dank.